so all right hatten die einen helikopterspawm platz ich habe nur einen autospawm platz aber ich glaube dann können wir mal schon mal dezent die nächste mission anstreben zurück zum heli wenn er noch da ist meine vermutung ist eher nicht so schauen wir mal warte mal doch da ist irgendwas mit hedi abgebildet ja ich habe ein hochkant hedi geil warte mal ich denke erst mal gerade ich gehe mal lieber in deckung fliegt wieder eins wo bist du da nee da bist du nicht aber ich habe zumindest platz zum landen alles rein wenn schon da hat mir nämlich meine das war die boote ich bin ich glaube ich glaube zwar nicht aber so was machen wir jetzt für eine mission gucken wir mal gerade rein mission impossible ach schnapper vier kilometer ja im hubi geht es schnell dir ja im ver dir 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 주� schraben Ich liebe es, wenn ein Clan funktioniert. So Hannibal Lecter. Der Kollege Smith war der Beste. Nein, ich fliege nicht. Aus PA? Ja. Nicht schon wieder fliegen, nein, nicht mit Mördung. Wer war da? Ach, das war die Apfelplanter vom Anfang. Ja, genau die. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Der Berg ruft. Scheiße. In diesem Bus hätte ich tatsächlich ein Flugzeug genommen. Ach, warum? Ich will immer noch wissen, was das andere ist. Was? Ich habe drei Attributsfelder. Das eine ist quasi Maschinengewehr, das zweite habe ich nicht. Und das dritte ist auch verfügbar, aber ich weiß nicht, was es ist. Probier's aus? Naja, ich drücke wieder irgendwie Stopp. Raketen! Es sind Täuschkörper! Hä? Es sind Täuschkörper! Ah! Also müsst ihr aber wissen, dass ich angepeilt werde. Vielleicht krieg ich das auch noch raus. Wohl landen! Ich glaube, ich bin bekannt von Oberarmen. Dünnst! Direkt auf dem Turm! Jawoll! Ah, da ist so ein Vorplatz! Da können wir doch landen an der Spitze des Turm! Es ist egal wie du das machst. Hauptsache die Vorlage! Nee, oder? Uff! Hau da nett! Könnte doch sein, dass du schnell der Fahrzeugfilm aufmachen musst, wenn du runter willst! Ja, klasse! Wie willst du denn hier wieder reinkommen? Oh, Lotto! Oh, hier! Geil, Alter! Du bist ein Held! What? Hahahaha! 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 Wie geil! Ok, ich bin... Ich hocke noch drinnen! Hahahaha! Soll ich lieber woanders landen? Ähm... Hahahaha! Warte mal kurz, ich bin gleich wieder im Start! Ich prononciere Sekunden! Hahahaha! Du hast abgestürzt, hä? Hahahaha! 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 So und... Wie ist vor? Ich... Scheiße! Ah, ok! Hahahaha! Jetzt hab ich die Chance noch vor allem zu landen! Hahahaha! 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 Du rasierst den Zaun! Hahahaha! Das macht nix! Der Klugere gibt nach, so! Hahahaha! 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 Du bist ein Held! Wenn das Spiel realistisch wäre, hätte ich jetzt eh schon keine Rotoppletter mehr gehabt! Ah! Kletterhaken! Alle hopp! Und... Zack! Wer jetzt jetzt da oben ist? In dem Fall wahrscheinlich ich! Hahahaha! 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 Ich sagte oben! Hahahaha! Hahahaha! Ich hoffe du hast keine Höhenangst! Hm! Tschüss! Das hätt' mir... Das hätt' mir... Das hätt' mir reich für den Job mit Helikopter machen können! Auf einer Klippe, von der aus man das Hotel sehen kann! Jetzt wäre ein Rigs-Hoot gut! Stürz bloß nicht ab! Nö! Tschüss! Wo bist'n? Ah! Hat er gesprungen! Hey! 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 Da lang! Da lang! Da lang! Hahahaha! Direkt... Direkte Thermik gekommen und weggetragen! Tschüss! Ja! Hahahaha! Das fehlt uns so ein bisschen im Spiel! Hi! Jess! Altes Kapuzenmädchen! Ah! Jetzt müssen wir 1,2 Kilometer in die Richtung da hinten! Ok! Oh! Das müssen wir jetzt mit jedem für den Turm machen oder was? Warte mal! Ich mach' den Zaun hier nochmal kaputt! Ah! Ich steig' lieber gleich rein! Ja! Das schlägt Funken! Ah! Prima! Wo ist das Ding da? Ja! Ja! Oh! Ah! Ja! 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 Ich glaub' ja! Du solltest ihn jetzt sehen können. Gleiche Anlage, auf da und den Störsender abschalten. Jemand schießt auf uns. Ja. Okay, der ist weg. Okay, das sollte reichen. Eine Sekunde. Okay, der dritte Störsender ist auf dem Truck. Im Süden. Auf der Straße südlich von dir. Wenn du dich bereit bist, kannst du einen Hinterhalt legen. Äh, hä? Warte mal, irgendetwas? Geh mal ziehen, Alarmsch. Was da hinten? Hä? Habe ich den nicht gerade kaputt gemetzelt? Oder haben die den wieder aufgebaut? Warte mal, unten laufen noch die Idioten. Du solltest ihn jetzt sehen können. Ne, das sind die Vögel gewesen. Der ist nicht zerstört. Okay, das sollte reichen. Eine Sekunde. Scheiße. Oh, oh, hört sich gar nicht gut an. Ja, ich geh mal runter. Ja. Auf der Straße südlich von dir. Wenn du dich beeilst, kannst du einen Hinterhalt legen. Wow. Ähm, alles klar. Hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Ja, ich krieg auch was ab. Das war eine Kugel. Okay, Laura. Ich stecke hier ganz schön ein. Wow. Ach, verdammt. Alter, was geht bei dir denn ab? Okay, Jess ist leider gerade von uns gegangen. Wo? Jess ist tot, Punkt. Ah, kommt immer wieder. Gut. Ich scheiße gerade echt ernst zu meinen hier in der Gegend. Ich hab... Das sind auch gar nicht mal so wenig. Hm. Eck. Echt heftig, ne? Ja. Komm her an die Läden. Du bist für den Dürcher. Du hast keinen Lauf! Das ist feinbar! Oh! 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 Ich habe drei Stück erwischt. Ich auch. Ich bleibe noch zwei. Boah, ist der Hund. Jawoll, der nächste. Fang. Und? So. Oh fuck, ich habe den Heli mit platt gemacht. Nein. Oh scheiße. Ich habe nicht gesehen, dass ein Heli steht. Oh, ärgerlich. So. Also. Unser Heli ist glaube ich abgehauen. Ja, der ist abgestürzt. Oh, das ist ein Heli. So ist der. Nicht uns. Bedeutet. Da, eine Sünderin. Ja. Hui. Da, ein schnürzender Heli. Tschüss. So, mal gucken, was man hier noch so alles abgrasen kann. Da ist so dichter ab, wenn Viech drinne. Viech? Okay, Viech. Hm. Okay. Oh, was gibt es denn hier so? Oh. Pucksäckchen. Gitarre. Wo? Spielst du mir was vor? Hm. Glaub mir, das willst du nicht hören. Okay, dann. Das hört sich grässlich an. Das ärgert mich gerade. Reparieren ist nicht, hä? Ja. Das ist jetzt wie viel cooles Essen nochmal zu essen. Na, lecker. Ja. Das werde ich zumindest. Aber wir haben ja ein bisschen Wingsuits-Action vielleicht am Start oder zumindest falsch im Action. Ja. Wow. Ich gehe schon mal runter. Jo. Kommst du hinterher? Ja. Ja. Ja, ich bin ja schon unterwegs. Ich nehme jetzt sogar schon die Wingsuit. Kannst du da was heißen? Nein, der Baum kommt. Nein. Der Baum ruft. Herrlich. Aua. Bin auf dem Weg zu dir. Ich habe da was gefunden, was für uns beide ganz gut ist. Mal gucken, ob ich da hochkomme. Aber ich denke... Hm? Nein, 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 nein. Nicht runter. Oh. Bin schon da. Ja. Oh shit, da vorne geht es nicht wieder rund. Da ist ein Peggy-Mobil. Ein Peggy-Mobil. Hä? Bis jetzt habe ich noch keinen... Ich habe aber zumindest auch noch keinen Peggy gesehen. Entdeckt. Achtung. Und... Bumf! Bumken! Uuuuuh! Her damit, her damit! Los geht's, Mutti! Oh, sehr schön. Oh, da kommt was. Ähm. Okay. Mal weg da, Gambi! Ohoooh-oh-oh-oh. Oh ja, Alter! Komm! Mau dich! Hä? Wo willst du hin? Stepp, Alter! Geht's wo mehr hin, weil ich ihn erschossen hab! Sehr gut! Ja, komm mal kaputt! Machst du noch eine Sprengladung ran? Äh, ne hab ich nicht, also kannst du ruhig machen! So geht's auch! Ja! Rambo! Yeah, Alter! Alles sauber! Riti wird sich freuen! Die Leute, die seine Musik nicht mögen, vermutlich eher nicht! Vielleicht können wir ja doch noch an der Sache mit dem Vertrauen arbeiten! Ich hab an der Ruf-Stan noch mehr für dich zu tun, wenn du willst! Wir sehen uns! Ah ja! Stir � %s Aber jetzt schon. Nicht, weil ich was gesagt habe, sondern wegen dem, was du getan hast. Taten sprechen lauter als Worte. Die Leute kommen von überall, um sich und anzuschließen. Du gibst die neue Hoffnung. Da oben ist ja was, sehe ich gerade. Da ist was Weißes. So, habe. Von dir hat auch Eli so viel gesprochen. So, wo ist man mit das Nächstes? Guck mal, die sind. Wo ist denn unser Schnuppelchen? Das kommt in, ich glaube, drei oder vier Minuten wieder. Ah. Nein, ich glaube, du musst in die andere Richtung. Yes, sir. Da oben. Alter Vater. Aha. Links. Ist ja schon hier, oder? Jawohl. Na, ich hätte zwar auch. Oh, was gibt es denn da? Das ist eine Kastenlappe. Oh. Das klingt nach Spaß. Spiel und Spannung. Seid bloß leichter. Wie geil. Von Jazz gibt es hier ein Dings. Ich weiß nicht, wie weit Jazz ist. 2 Minuten. 47. Lass das Band aus und lass dir die Programmierung laufen. So. Gucken wir mal, wie da so weit das rumläuft. Das wäre jetzt so ein richtig schönes Stealth-Ding. Komm, lass uns mal andersrum, wo lang gehen. Hä? Wie bist denn du? Bin ich doof? Ja, ich bin wieder zurückgerannt. Ah. Und gehe nämlich jetzt mal gepflegt die andere Richtung. Wir können hier so ein Level aus allen möglichen Seiten einnehmen. Beziehungsweise so ein Außenposten. Gucken wir doch einfach mal, was hier so abgeht. Da haben wir einen. Da haben wir einen. Noch mal drei Stück. Oh scheiße, die haben mich erwischt. Sorry. Noch nicht. Doch. Scheiße. Dann können wir es auch ausschalten. Oh fuck, ja. Kannst du, natürlich. Jetzt ist es egal. Zack. Die haben einen Sniper auf dem Dach, wie es aussieht. Guck, ihr Mörder. Halleluja. Scheiße. Zack. Wir haben einen fetten Mörser am Start. Also sprich, wir haben zwei Probleme. Wir haben A, einen fetten Sniper und haben B, einen schweren Mörser. So viel zum Thema Aufklärung. Meine Wenigkeit schläft übrigens gerade für der Brücke. Für unter die Brücke hat das schnell gereicht. Ja, ja, ja. Warte. Ich komme. Sehr schön. Mann, kann einer mal dieses... Oh, 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 oh. Schnell weg, 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 weg. Mörser. Boah, nein. Sag doch gleich, was du kuscheln willst, Alter. Ja, das stimmt. Oder wir müssen gucken von zwei Seiten eingreifen. Ja, könnte man auch überlegen. Sekunde, ich guck mal, ob Jess jetzt inzwischen geht. Oh, ne, noch nicht. Ich hab mir mal eine andere Verstärkung geholt. Ich hab schon eine halbe Flasche hinzu, ist aber scheiß drauf. Mama legt heute was flach. Jetzt kommt Mama, aber. Und Mama ist rattig. Alles klar. So. Du bist nah dran. Sei bloß leise da drin. Wir wollen nicht, dass Bricks verletzt wird. Gute Wand. Nur zur Info. Ich hab keine Kameras im Gebäude. Denk dran. Sobald du drin bist, tausch das Band aus und lass dir die Programmierung laufen. Dann kann ich doch schon umnicken, oder? Ne, warte mal. Das müssen wir Mama machen. Gute Idee! Ah! 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 Ich hab uns mal Helikopter an der Schützung geholt. Bisschen Spaß will ich auch noch. Teufel ja! Was kommt davon? Keine Ahnung, der wird die Zeit mal weggelegt. Was geht da? Ich brauch ein bessere... Oh, ich glaube, Mama geht es gerade nicht so gut. Oh, ich glaube, Mama ist abgestürzt. Ich glaube, Mama geht es gerade nicht so gut, ja. Ich habe den nächsten Verrückten gerade geholt. Wo ist er? Oh, ich höre ihn. Er kommt. Was hast du für Schmerzen? Schäden gehen in Ordnung, aber das ist schlimm. Das treffe ich. Jihau. Ja, da steht noch keiner mehr, wo er jetzt seine Bombe abschmeißt. Tidididididi. Ah, hier geht ein... Hier geht es eine Röhre rein. Echt? Ja. Ja. Komm, hier runter. Da geht es eine Röhre rein. Oh, ja. Zack. Zack, 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 zack. Ah. Da kommen wir auf die andere Seite. Bombenzeit, ja geil. Bombenstimmung hier. Ja, aber voll. Aber sowas von. So, der macht keinen Läufigen mehr. Oh, scheiße, da drüben ist der Mörser. Zack, war da was. Sehr gut. Nicht schlecht. Wo ist denn noch so einer? Guck, guck. Komm raus, komm raus, wo immer du bist. Mann, haben die hier viel Mülleimer rumstehen. Ja, aber echt noch. Die müssen ja unheimlich viel Müll produzieren hier. Was war das? Ja. Ich sehe gerade überhaupt keinen. Ich geh mal die Treppe hoch. Ah, und jetzt ist einer unten. Ich glaub's nicht. Glaube für alle! Oh, 69 Dollar geplündert. Schick. Geht, irgendein Schlüssel. Geil. Kennst du noch diese roten Erdnüsse, die es vom Jammer gibt? Hä? Was für Erdnüsse, wo bist du? Hier, wo ich bin. Ah. Dieser Spender hier. Haha, geil. Ah, da ist ja noch eine Kasse. 72 Dollar. Hm, schick. So. Wo ist unser Missionsziel? Suche im Hotel nach Bridges, okay. Hallo? Ah, Treffer, ich hab's. Oh, scheiße, da fallen Trucks in deine Richtung. Jacob hat nur darauf gewartet, dass wir nochmal angreifen. Wo bist du? Gehst du? Strachhof, oder was? Ich sehe, ich gehe jetzt nach vorne Richtung Straße. Ah, da bist du. Sie kommen von der Straße her! Komm, stelle da, als du mir lieb bist. Oh, scheiße. Irgendwas hat mich erwischt. Ah, links kam auch noch was. Scheiße, ich bin leider gerade am Dickerchen machen. Ja, 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 ja. Ah, sehr schön. Aber gleich weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Geh lieber rein. Und dann gucken wir von drinnen. Wow. Arschloch. Okay. Hat der mir voll eins über die Bitzkauer und du. Ich glaub's ja nicht. Eieieie. So. So, schlägt man nicht. Tschüss. Oh, schlägt man nicht. Gern den Aufreißer. Den Aufreißer. Hallo, boys. Willkommen, Helikopter. Oh, oh. Gibt's, ah, da gibt's noch ein Geschütz. Sehr schön. Sehr schön. Willkommen, Boote. Warst du ein Nickerchen, oder was? Nee, mir geht's gut. Gut. Ups, war da was? So, Scharfschutz in Deckung. Okay. Ja, wir müssen wohl vorne aufpassen. Just. Oh, man. Jess. Oh, man. Scharfschutz. Hey, darfst du das hier? Oh, man. Oh, man. Oh, man. Wow, fuck. Sauhund. What? Wo ist der Heavy? Wo ist der Heavy? Wo ist der Heavy? Ja! Wo-wo-wo-wo-wo-wo! Das geht auf! Oh! Oh! Da draußen ist gerade eine Bombe hochgegangen und meine Kleine hat gerade ein bisschen Kini tot. What the fuck! Nein! Wo kam die denn jetzt her? Verdammt! Ich sehe sie gleich da drüben! Punkt Landung! Oh! Tot! Hallo! Hallo! Du machst draußen ein Nickerchen sehe ich? Ja ja! Ich komme auch! Jess hat mich schon geholt! Okay! Okay! Sieht gut aus für Briggs! Die Whitetails sind auf dem Weg hinaufzuholen! Steht wieder eins! Jacob wird das Grandview nicht mehr nutzen um Leute umzudrehen! Verdammt! Ich würde gern seine hässliche Visage sehen, wenn er hört, dass er seine Folterkammer verloren hat! Seine Folterkammer! Yo! Anders kann man den Schuppen auch nicht bezeichnen, ne? Vor allem, wir haben die Fallschlagen mit dir! Allen außer mir! Ich wusste immer, dass du's drauf hast! Wir sehen uns in der Dan Wheeler Deputy! Bis bald!